Ja, hallo, servus, in dem Video zeige ich euch, wie man einen neuen Schläger hinzufügt, wenn ihr jetzt beispielsweise in die Saison mit eurem neuen Driver starten wollt. Da geht ihr zuerst hier unten links auf My Account und in eurem Account habt ihr oben den Reiter Schläger. Wenn ihr den auswählt, kommt hier eine Liste mit all den Schlägern, die ihr in der Tasche oder nicht in der Tasche habt. Wenn ihr jetzt also einen neuen Schläger hinzufügen wollt, klickt hier oben auf Schläger hinzufügen, wählt den Schläger, in dem Fall nehmen wir den Driver, dann wählt ihr den Hersteller, mit dem ihr in die neue Golfsaison starten wollt und dann könnt ihr in der alphabetischen Liste auswählen, um welches Modell es sich handelt und dann fehlt noch die Eingabe der geschätzten Schlagweite. Das ist deswegen hilfreich, weil das System euch dann ja entsprechend ab dieser Schlagweite dann eben den Driver auswählt. Ihr müsst jetzt noch darauf klicken, dass der Schläger in eurer Tasche ist. Ihr speichert dann und jetzt seht ihr hier unten, dass der SimMax, den ich jetzt gerade hinzugefügt habe, hier in meiner Tasche ist. Den alten Driver nehme ich jetzt raus. Ich klicke da auch auf In My Bag und dann ist er nicht mehr in meiner Tasche und entsprechend wird mir jetzt in der Nachbereitung immer der TaylorMade SimMax Driver angezeigt. Ja, ich hoffe, das hat euch geholfen. Seht, es ist ganz einfach, Schläger hinzuzufügen und Schläger wieder zu löschen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß jetzt auf dem Golfplatz mit vor und ich hoffe, ihr spart einen Haufen Schläge. Ciao, servus! Ciao, servus!